Ja, liebe gute Freunde, ich bin hier beim Bauherr Hausi. Heute Dienstag. Ich spritze hier bei meinem Nachbar winterweizenfähigen Unkraut mit Otello 1 Liter und Primus 1,5 Deziliter die Hektare. Und jetzt ist da noch eine Spritzeumfälle. Nachher spritze ich bei mir noch CCC-Halm erkürzelt. Unkraut muss ich da nicht mehr spritzen. Ich bin hier bei mir. So viel Rendezvous für Hybrid. Alles von uns gibt es auch zum Nachhören oder weiterempfehlen. Im Internet unter srf.ch-news oder auf der SRF. Schweizer Radios. Und ich spritze ihm jetzt das einen Weizen. Ja, und übrigens habe ich da Probleme mit meinem iPhone. Es geht nur noch die Frontkamera. Hinten die Kamera zum Selfies machen funktioniert nicht mehr. Muss ich da immer umständlich das Handy wenden, um zu filmen. Jawohl. Und hier die Aussicht. Machen Sie den Jura. Und hier nicht um werden. Und hier der Weizen. Und wenn ich spritze. Ja, da wird schön gelegen. Ja, da wird immer eine Spraydose dabei. Um zu markieren, wo ich aufgehört habe oder wo ich wieder reinfahren muss. Von hier. Von hier. Von hier. Von hier. Von hier. Von hier. So, im nächsten Feld, in meinem Feld jetzt, da spritze ich nur halb zum Kürze CCC. Die Umkrautbekämpfung ist da nicht mehr nötig, kommt kein Umkraut mehr. Jawohl. Da ist es, dass wir in deinem Feld, in deinem Feld, in deinem Feld zu retten, in deinem Feld und in deinem Feld. Und dabei ja immer wieder zulasten, das ist natürlich nicht mehr zu Ende, sondern mehr zu Ende. Ja, liebe Freunde, es ist jetzt 9 Uhr, Dienstagabend, ich walze da noch, mein Kartoffelfeld, mein Zuckerupenzelt und morgen, oder übermorgen will ich dann Zuckerupen sein lassen, das ist das Ziel, jawohl. So, es ist jetzt Haubelf, Feierabend für Bauernhausen, fertig gewalzt, morgen wird dann wieder gegruppert und dann Zuckerupen gesät, ich wünsche euch einen schönen Tag, tschüss zusammen, ciao, ciao.